Einen herzlichen Karfreitagsgruß sende ich Ihnen heute aus Halle. Eigentlich wären wir alle in Weisenfels in der St. Marienkirche und hätten zusammen die Johannispassion von Georg Friedrich Händel erlebt, aufgeführt, gesungen, zugehört. Karfreitag, das hat sich ja in Weisenfels so etabliert, ist ein großes, großes Highlight geworden mit Sängern aus Halle, Wismar, Dresden und Musikern auch aus ganz Mitteldeutschland und vielen, vielen, vielen Zuhörern. Letztes Jahr waren es fast 500 Zuhörer, die auch nicht nur aus Weisenfels waren. Das hat sich gut rumgesprochen und alle Welt hat sich darauf gefreut. Ich mich auch ganz doll. Nun hatten wir von Händel die Johannispassion schon mal 2011 aufgeführt. Und wenn Sie Lust haben, können Sie diese Aufführung von 2011 einfach sich noch einmal anhören. Und dann fühlen wir uns im Geiste verbunden. Das wäre dieses Jahr noch einmal dran gewesen. Ich grüße Sie ganz lieb, wünsche Ihnen Gottes Segen und bleiben Sie gesund, bis wir uns wiedersehen. Händelang Amen. 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 Röntgen, 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 Röntgen. Röntgen, Röntgen. Röntgen, 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 Röntgen. Röntgen, 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 Rönt Musik Ich hab' dich heilig an Gott. Ich versprach' dir aus zu dir. Amen. 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 Die Städte der Städte der Städte Schreie mich, der Junge, der Vögel, schreie mich, der Junge, der Vögel, schreie mich. 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 Schreie mich.